Servus, ich bin Alex. Servus, ich bin Alex. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir zeigen dir heute ein Bild auf der Kabine, wo wir uns aufhalten. Ja, gehen wir mal ein, oder? Wir bilden uns auf den Arbeitsraum, wir tun uns frühstücken, mitbekommen. Wenn es Verletzungen gibt, kleine Wehwehchen, dann helfen wir uns an. Wir sehen uns an der Kabine. Jetzt sehen wir uns um. Was hätte in einer Kabine so passiert? Ganz normal. Okay, let's start. Let's start. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen Zeitvertreib, Ausgleich zum Fußball im echten Leben, sage ich jetzt mal. Und ja, es macht einfach ein Gauder. Das Spezielle ist, man kann auch abseits des Rasens Fußball spielen. Und das online, mit Millionen anderer Menschen. Blöwigs, da gibt es viele Leute online. Hallo, da ist der Dominik Frieser vom LASK. Und wenn ihr unsere schwarz-weißen Form bei der e-Bundesliga vertreten wollt, dann meldet ihr euch jetzt an. Es kennt sich bei e-bundesliga.com. Und LASK, Amen. Und wir freuen uns, wenn es sich auch mit. Und wir freuen uns.